Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Farming Simulator 2017 zusammen mit Toto und Marco auf der Nordicast-Fallie. Hallo. Ich weiß nicht, wie du deinen Vater so feiern kannst, Alter. Halt ihn auf. Was? Was sagt der? Hallo, Marv? Hallo, Marv. Was? Warte, schreib das hier mal rein. Der Typ. Boah, da habe ich so lustige Sachen hier auf dem Zaum vor. Ich weiß nicht, ob ich das hier abspielen kann. Warum? Na, weil das... Ne, das Drachenlord kommt, die die Brücke raushaut. Ja, hier. Traut euch, kommt zu mir! Also, ich kann das nicht mehr gut heißen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Was, was gut heißen? Mit dem Drachenlord hier. Warum? Weil wir schon den Drachen-Monday haben, weil der, äh, bei dem YouTuber-Projekt. Und so wird zwischendurch von denen gelabert und ganz ehrlich, kann die Typen nicht stehen sehen. Also, ähm, für mich hat der Knackzweck einfach nur behindert. Ja, deshalb ist das ja so witzig. Das ist nicht mehr witzig. Das ist schon traurig. Hier, da kommt sowas hier. Ich hab Durchfall. Was sagt er? Ich hab Durchfall. In welchen Zusammenhang hat er es gesucht? Weiß ich nicht, das ist das Soundboard. Oh, das wird er öfter sagen. Ja. Achso. Ja, alles klar. Oh, wer baut denn da die Halle hin, ey? Das Beste finde ich immer noch von dem Lustlord, ey. Das ist so witzig. Von dem Lustlord? Ja. Da haut der hier sowas raus. Moment. Wo der aufgefangen hat, wie los mein Penis ist. Ich verstehe das nicht, das ist total leise. Äh, ja. Das war wirklich halt, wenn es so nicht voll aufzufrieden ist. Ist das leise? Ja. Also, ich hör das nochmal. Mach das lauter? Moment. Warte, ich mach dich mal im Lauter. Sag mal was. Ja. Ja, alles klar. So, jetzt nochmal. Mir wurde auch gefragt, wie los mein Penis ist. Äh, zwischen 16 und 17 cm. Und, äh, ja. Das war wirklich ein Witz und ich bin nämlich voll aufzufrieden. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ganz ehrlich. Da kommt dir doch sowas. Wirkst du, du, oder klickst du dir auf den Finger in den Po? Ich weiß nicht, was da dran vorkommt, ey. Wirkst du, sehen oder düngen? Ich sehe an. Bitte? Ich sehe an. Du siehst an. Düng du mal. Okay. Mach du mal die niedrige Arbeit. Aber du kannst vorher mal eben zum, äh, Saatguttypen kommen und mich da mal eben mit dem Frontlader beladen. Da steht da ein Frontlader. Ja, den hat er gerade genommen. Oh. Hier sind noch zwei Paletten unter dem, Dings runter. Ja, dann machen wir die zuerst leer. Dann werden wir echt nett, wenn ich mal ein Deutsch wiederkriege. Ja, dann nehme ich den Klaas. Kannst du gerne haben. Scheiße, will ich keiner. Vorsicht. Ja, doch, ich würde Klaas fahren. Aber das ist ja Totos Klaas, das ist ja unmodifiziert, das ist ja nicht Original Klaas, ne? Ich hab keine Ahnung, ey. Du hast nichts dran gemacht an dem Klaas. Behalt den Deutz doch jetzt erst mal, mach deine Arbeit da hinten hin. Ne, mach, ich hab jetzt schon abgekuppelt, das Ganze noch neben mir. Junge. Dann denkst du auch, machst du ihn sauber, bevor du mit ihm bringst. Jo. Bobo, ey. Was ist denn für eine Scheiße, ey? Strang Z. Allradlenkung. Ich mach dich nicht über Totos Dinge lustig. Das ist ein tolles Gerät. Bin wir da einig? Ganz toll. Was soll ich ansehen? Soyerbohnen. Warum? Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. verarbeiten das weiter zu, ähm, zur Sojamilch, ne? Was? Ja, und dann? Dann kriegen wir noch mehr Geld. Für die Sojamilch. Ja, sicher. Bist du da ganz sicher? Ja, genau. So halb, ne? Ja, genau. Können wir mal eben schauen. Ja, woher kenne ich denn jetzt, was Sojamilch ist? Ich glaub, Sojamilch wird als normale Milch verkauft, kann das sein? Ja. Ja? Ja. Ja. Sicher? Ja. Weil wir davon null Liter angezeigt werden. Hier haben wir auch noch nichts im Lager, oder? Von Milch. Milch kann man doch gar nicht einlagern, oder? Da haben die nicht hier ein Lager, wo man das alles einlagern kann. Nee, ist nur im Kuhstall. Dass da auch nichts beisteht, ey. So scheiße. Haben wir davon keine, kein Ding, wo man nachschauen kann. Nee, so eine Anleitung war nicht dabei. Ja, toll. Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen kann. Oh ja. Oh. Sag mal, was machst du denn da bei dir die ganze Zeit, manu, Schniedel? Ich mach gar nichts. Alter, bei dir rappelt es alles. Da, schon wieder. Ja, das ist meine Maus. Hört sich an, als wäre da irgendwas vergewaltigt. Seine Maus. Ja, wie so ein armes Tier. Der kommt bestimmt auf dem Tisch, weiß ich. Freut sich. Heute nehme ich mit Freezy auf. Du da, du da, du da. Ich mach ein Feld gleich mit Weizen für das Stroh, für die Tiere und für das Getreide, für Saatgut und für das Mischfutter, damit wir da auch noch ein bisschen Stroh haben. Und ist gut. Y Eine zweite Seemaschine haben wir nicht, oder? Nee, immer noch nicht. Können wir uns mal eine leisten? In zwei Wochen. War das eigentlich unten mit dem Holzlager? Läuft das noch? Nee. Thomas, in irgendeiner Folge im Wald gehen, ein bisschen Holz machen. Na, nee, eigentlich heute vor. Kommen wir nächste Folge. Ja. Ja, läuft. Erste Feli ist gleich fertig mit Soja. So. Toto Bitte? Sag doch auch mal was Was soll ich denn sagen? Hörst du das denn nicht bei dem? Ich überhör das Der macht mich fettig Kleine Schlampe So meine lieben Freunde Wir sind aber auch am Ende unserer Folge angekommen Wenn es euch gefallen hat Das Liken nicht vergessen Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüss Tschüss